Ich bin heute als Krimineller auf dem Notruf Hamburg und Wegs, aber wenn ich aus dem Auto fliege, dann muss ich das Video beenden. Das könnte sehr, sehr spannend werden, weil ich bin in dem letzten Video gefühlt 100 Mal aus dem Auto geflogen. Deswegen, ich gebe mein Bestes und ich würde sagen, wir starten direkt mal rein. Let's go! So, wir sind am Hafen angekommen und werden jetzt den Hafen bzw. das Containerschiff überfallen. Haben da schon kleinen Kollegen, werden uns natürlich jetzt eine Schutzausrüstung anziehen. Wir haben natürlich da unser Fahrzeug. Ich bin eben schon sehr vorsichtig hier jetzt in Gefahren, weil wenn man nicht dran denkt, dann fliegt man so schnell. Und man fliegt dann teilweise auch in eine andere Galaxie. Und das ist irgendwie immer so ein bisschen unpraktisch. Ich weiß nicht warum, aber ich feiere es irgendwie noch nicht so ganz, wenn man dann irgendwie 10.000 Meter in die Luft fliegt und dann stirbt. Ist nicht so geil, finde ich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Egal, wir können uns hier auf jeden Fall eine Glock, drei Energies und vier Geldscheine haben. Sogar zwei Crime-Kollegen bis jetzt. So, wir laufen auf jeden Fall mal raus. Da kommt ein Lambo. Perfekt. Okay, zwölf Polizisten. Wir sollten uns jetzt mal beeilen auf jeden Fall. Ich wollte nur einmal kurz gucken. So, ein Lambo könnte ein Crime sein. Ne, ist ein Crime. Ist Humen. Das heißt, mit dem können wir chillig auf Raubzug fahren. So, wir haben auf jeden Fall unsere Glock jetzt verkauft und fahren jetzt zum Juwelier. Oh Gott, ich habe immer so Angst vor diesem Bus, äh Zug und vor einem Lambo, der mir hinten reinfährt. Weil diese Anhänger-Waggons, die schallern immer hinten so raus und das ist ganz crazy immer. Habe ich immer ein bisschen Angst vor. Aber ist ja auch egal, wir überfallen den Juwelier auf gar keinen Fall. Egal, egal. Wir haben hier G36 Action. Einmal getroffen. Er steigt ein und jetzt haut er ab direkt. Egal, wir sollten eigentlich ein paar Crimes sein oder nicht? Ne, bis jetzt nur zwei. Inklusive mir. Ich hoffe, es kommt noch welche. Ja, das ist jetzt ein dritter Crime. Da ist er. Komm, let's go. Er schießt auf uns. Wir müssen einmal Position verlagern. Oh, noch ein M5. Okay, und ein Polizei-Porsche. Oh, das könnte kritisch werden hier gerade. Ey, der schießt auf mein Fahrzeug. Äh, ja. Es lag bei mir schon wieder. Geil, hinter uns Schüsse. Es lag so fett. Warum lag es denn jetzt schon wieder so? Ich kann nicht mal schießen. Ich habe zwei FPS oder so. Es ist so krampfhaft immer. Er ist da. Ja, wir müssen einmal hinfahren. Beziehungsweise ich muss kurz zehn Programme schließen. Weil das wird mir gerade ein bisschen zu viel hier. Also, er ist auf jeden Fall down. Wir wollten den Juwel überfallen. Und das können wir jetzt auch, ne? Ja, let's go. Einmal aussteigen. Schnell hin in den Juwelier rein. Überfallen. Oh, ne. Da sind Schüsse. Und es kommt Nachschub. Also Nachschub. Es kommt weitere Polizei. Ein bisschen zu viel, meiner Meinung nach. Wobei, anscheinend ist doch alles safe. Egal. Wir nehmen hier auf jeden Fall mal einen Juwelierbeute mit. Und einen zweiten auch noch. Ne, einen dritten. Ne, zwei haben wir. Jetzt noch den dritten. Dann können wir hier was aufnehmen. Da ist Polizei. Ja, alles klar. Der geht hier einfach mal ganz entspannt lang. Jetzt holt er seinen Schlagstock. Jetzt schlägt er mit dem Schlagstock. Da ist einer mit dem Taser. Oh, was wollen die von uns? Wir sind hier irgendwie vier Crimes mit Waffen. Ich glaube, die haben zu viel Hoffnung. Egal. Auf jeden Fall hier einmal den Diamanten mitnehmen. Leute, hier steht ein bisschen im Weg. Ich schlage euch. Wie viele Crimes wir sind. Egal. Auf jeden Fall hier noch einmal ein Diamanten. Ne. Das wird mir ein bisschen zu viel Polizei hier. Ach, drei Polizisten dauernd. Gibt nichts entspannteres, ne. Hier, Diamant. Das ist meiner. Der wird mir hier nicht weggenommen. Hallo. Ich glaube, es hackt. Auf jeden Fall hier draußen läuft noch einer lang. Ist aber ein Crime. Let's go. Chillig. Einmal das halbe PD ausgelöscht. Also, ist das normal zu der Welt oder nicht? Wir müssen aufpassen, wenn die wiederbelebt werden. Die könnten uns dann komplett auseinandernehmen. Werden sie aber bestimmt nicht machen. So, auf jeden Fall. Wir holen uns gleich eine Bombe. Wir machen da an die Bank. Chillig. Ihr kennt's. Zehn Juwelierbeute. Oh, Polizei, Polizei, Polizei. Äh, Hendo. Ich hab grad einen Crime getroffen. Egal. Ah, und das war's dann noch mit dem. Da hinten ist einer. Polizei, Porsche. Ah, ich glaub, der hat gerade Munition geholt. Headshots, Headshots ist down. Also nicht down, aber angehittet. Darf ich jetzt mal auf seine Reifen schießen? Crime, du standest ein bisschen im Weg. Aber ich hab doch genug Schüsse auf seine Reifen abgegeben, oder nicht? Also auf seine Hinterreifen. Egal. Kollege Schnüch. Oh, Taser, Taser, Taser. Der denkt auch, sein Taser ist zehn Meter lang. Polizei, Porsche. Entweder sie steigen aus, oder sie fahren einfach mal ganz, ganz weit weg. Das sind die beiden Optionen. Eins von beiden machen sie jetzt, bitte. Oh, so. Oh, er, ja, er ist down. Pyrochris, oh mein Gott. Schüsse hinter uns. Keine Ahnung warum. Wahrscheinlich auf die Reifen, oder so. Da hinten fährt Polizei gerade weg. Der hat keinen Bock mehr. Da ist noch Polizei. Angehittet ist down. Let's go. Wir fahren weg. So, wir fahren zur Bank vorher, aber einmal zum Dealer, weil das ist mir ein bisschen zu riskier. So, immerhin, die zehn Juwelierbeute können wir wegbringen. Sind schon mal 5000 Euro, haben wir das G36. Diese Folge schon mal raus mit der Glock. Und jetzt sind die Juwelierbeute hin. Bombe haben wir auch. Let's go. Let's go. Bombe wird dann gleich in der Bank gezündet und dann haben wir es auch wieder. Da ist ein Polizei-Awa. Avant. Es war meine Schuld, ich weiß. Aber ist mir egal. Ich bin Bugatti, ein Krimineller. Wir sind vier Kriminelle. Ich darf, dass ich hätte nachfüllen sollen. Ich werde, ich kann nichts machen, ne. Ich muss mich carryen lassen, ne. Ich kann nichts machen. Ach, geil. Die Bank ist eh rot. Ich kriege so einen Anfall. Diese Bank ist immer rot. 24,7. Ah, da ist Polizei. Aber auch nicht zu wenig. Angehittet. Da ist SEK. Angehittet einmal. Oh, ganz viel Polizei. Viel zu viel Polizei für mich. Acht Schuss noch. Ja, er fährt weg. Wo ist der SEK? Da hinten in der Wand. Los, einsteigen. Ja, ihr bleibt hier. Let's go. Ich muss mir aber einmal neue Munition holen. Ganz kurz. Bin gleich wieder da. Sani ist auch schon auf dem Weg. Acht Schuss noch. Hätte gereicht für den Schusswechsel, ne. So, G36. Item auffüllen. Ah, da war gerade Licht. Das könnte Polizei sein. Gehe ich aber nicht von aus. Ne, ist ein Krimineller. Let's go. Oh, da ist ein Passat. Passat. Kollege. Hallo, hallihallo, hallöle. Das war eine ganz schlechte Idee, hier auszusteigen. Passat. Ich habe gerade einen Crime angehittet, aber egal. Egal, der Passat fährt. Wir fahren wieder zur Bank. Äh, da ist der SEK von eben. Hallo. SEK, Kollege, mein Freund. Biete kommen sie wieder her. Nicht wegfahren. Hallo. Da hinten ist noch Polizei. Der weg läuft. Einmal gehittet. Zweimal gehittet. Ist jetzt da hinten. Ah, okay. Ist down. Let's go. SEK sniped. SEK sniped. So, Vollgas. 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 Packen wir ein. Ja, haben wir. Haben wir. Haben wir. Haben wir. Ja, steigt aus. Läuft weg. Ja, das haben wir. Das haben wir. Wir sind 15 Crimes gefühlt. Einmal noch angehittet. Der ist fast down. Reifen lasse ich in Ruhe. Äh, er ist da oben. Let's go. Kann man dir helfen? Hab ihn noch einmal gehittet. Ist down. Let's go. Einmal hier einsteigen. Weiter geht's. Es ist zu einfach. Egal, hier ist noch ein Polizist ausbremsen. Hinterher. Sag mal, also wir lassen uns hier nichts von einem Porsche was sagen. Ich hab auch einen Porsche, okay? Nichts besonderes, okay? Körsch uns nicht weg. Jetzt ist mein Fahrzeug kaputt. Fahr doch nicht weg, Kollege Schnörschuh. Wir wollen nur ein bisschen Spaß haben. Ein bisschen spielen und so. Komm. Bleiben Sie stehen. Wir haben auch Kekse für Sie. Unten Energy. Oder auch zwei. Unten Diamanten können wir auch noch sponsern. Und ein paar G36 Patronen on top. Die Jäger wurden zum Gejagten. So vom Gefühl her. Egal, Vorhinsätzen, ihn abdrängen, dass er verunfallt. Nee, hat absolut null geklappt. Komisch. Egal, er verunfallt auch ohne unsere Hilfe. Let's go. Egal, wir sind hier genug Crimes. Auf die Reifen schießen oder so. Ähm, er wurde umgefahren. Nicht auf die Reifen schießen, einfach aufs Auto schießen reicht auch. Ja, Fahrzeug sollte kaputt sein. Ich spare meine Munition, hab nicht mal mehr zwei Magazine. Er steigt gleich aus. So, ich bleib auf Distanz. Und er ist gelieft. Och, Christiane. Warum liefst du denn immer? So, wir fahren jetzt wieder zur Bank. Bis in Action. Auch da nochmal, die Polizei sollte jetzt wiederbelebt sein. Ups, ich hab vielleicht einen kleinen Unfall verursacht. Egal, noch einmal zum Dealer, noch einmal nachladen. Warte, meine Munition wollen wir ja jetzt nicht verschenken. Beziehungsweise verschwenden. Hallo, kann ich hier wieder rüber? Ja, hier einfach mal ein bisschen drauf los. Ganz zu ver... Oh mein, oh, der Arme. Er verunfallt erstmal. Hallo, Kollege. Zu den Schüssen, hallo. Das war mit Absicht. Das war mit Absicht. Ich wollte nur, dass die anderen Crimes zu uns finden. Das war reine taktische Maßnahme. Egal, let's go. Nochmal nachgefüllt, abzubagen. Ich würde sagen, die könnten wir dann ja wieder überfallen. So, let's go. Vollgas. Vollgas hier durch, schaffen wir. Let's go. Ich bin der beste Fahrer in Not-of-Hamburg. Seht ihr auch hier, wenn ich hier jetzt rüberfahre. Das ist so crazy. Und mein Fahrzeug ist gleich kaputt. Egal. Man lebt nur einmal, Leute. Müsst ja wissen, dass ein Krimineller anscheinend aussteigen. Rein in die Bank, bitte. Ist jetzt wieder ausraubbar. Dies wäre schön. Polizei irgendwo. Da ist Polizei. Let's go. Aber ich glaube, die ist auch ganz schnell down. Einmal getroffen. Wollt mich tasern. Hat es nicht geschafft. Oh, er ist nicht schlecht. Er will mich da durchhitten. Schafft es aber nicht so ganz, wie erhofft anscheinend. Ich hint ihn aber auch so null. Ja, das war es dann auch mit ihm. Sobald die Verstärkung kommt, hat er keine Chance mehr. Unfassbar. Bank ist grün. Let's go. Wird überfallen. Einmal kurz alle Crimes down. Schießen auch nochmal nebenbei. Schüsse draußen. Wenn irgendwer mein Fahrzeug kaputt schießt, dann schallert es hier aber sowas von durch. So, wir nehmen hier einen Goldbar mit. Ich hoffe, wir bekommen einen. Gehe ich aber von aus. Ja, einen haben wir bekommen. Aber ich glaube, das war es dann gefühlt auch schon wieder. Ja, hier noch ein. Äh, Polizei anscheinend. Taser. Mein Fahrzeug. Ich laufe da jetzt raus. Ist mir sowas von egal. Ich laufe da jetzt raus. Raus. Ich will. Ich habe keinen Bock mehr. Irgendwer hat mein Fahrzeug kaputt geschossen. Ich habe da echt. Nee. So, alle raus. Mir ist der Loot sowas von egal. Ich will diese Polizisten jetzt alle auf dem Boden sehen. Er hat eingetasert. Egal. Ist down. Let's go. Oh, Taser. SEK. Okay. Rückzug. Rückzug. Kurz. Alles klar. Human. Komm mal hoch, bitte. Ey, geht down. Geht down. Geht down. Geht down. Ist down. Geht du auch down. Geht du auch down. Ist down. Let's go. Stark. Ey, hinter mir. Hinter mir. Ist das Polizei? Oh mein Gott. Ich dachte, es wäre Zivilist und der macht nichts. Es sind mir ein paar zu viele Crimes gerade down. Bin ich ehrlich? Okay. Da ist noch ein Polizist down. Okay, nur noch ernstig, ne? Aber wir sind noch drei Crimes. Das sollten wir schaffen. Oh, Kollege Schnisch. Okay, weg. Ja, down. Let's go. GG. Weg. Raus aus meiner Lobby. Oder so. Keine Ahnung. Ihn haben wir auch nochmal. Down. Oh, nee. Ich bin auch down. Och, nee. Och, nee. Och, nee. Och, nee. Egal. Action. Wir hatten Action. Und jetzt ist es vorbei. Aber passiert. Bis jetzt war er gut. Um ehrlich zu sein. Kann man jetzt auch mal so sagen. War gut. Gut, Sani wird uns halt nicht wiederbleiben. Ist das Problem. Aber trotzdem. Ach doch. Wir bekommen eine Bandage. Und ja, aber er wird trotzdem zuerst die Polizei wiederbleiben. Ja, leider. Egal. Trotzdem nice. Trotzdem läuft es bis jetzt sehr, sehr gut. Ich wurde auf jeden Fall wiederbleiben. Nein. Nein. Ich wurde festgenommen. Nein. Was ist mit den Quarms passiert? Egal. Äh. Wir laufen. Okay. Schade. Marbelade. Wir wurden jetzt festgenommen. Och, nee. Wie ärgerlich. Ich dachte, wir wären frei. Aber passiert nicht so. Der Polizist wurde gerade geschlagen. Wird jetzt umgefahren. Aber ich glaube, das reicht nicht. Der Quarim versucht jetzt hier irgendwie alle anderen zu schlagen. Vielleicht auch mich. Äh. Äh. Funktioniert nicht. In Handschellen. Ja, wir sind immer noch im Auto. Leider. Ist irgendwie ein bisschen schade. Weil ich weiß noch nicht, was ich jetzt machen soll. Ich werde hier halt sehr lange noch drin sein. Keine Ahnung. Der Polizist war ja da. Es war ja alles chillig. Aber dann läuft er irgendwie weg. Und jetzt ist es leider sehr schade. Let's go. Der Polizist ist wieder da. Stark. Ja, jetzt hat er uns einmal kurz rausgenommen. Wieder reingesetzt. Let's go. Wohin ist es weh? Jetzt einen Plattenreifen hat er kassiert. Ja, wir müssen jetzt mal mit unserem kaputten Bugatti hier irgendwie langfahren. Keine Ahnung. Wie? Schaffen wir bestimmt. Und das ist ein Polizeipor. Also Porsche. Aber ich denke mal Polizei. Jedoch fährt er weg. Zum Glück. Ey. Ich kann mit diesem Porsche nicht fahren. Ey. Mit diesem Bugatti. Allgemein mit Autos. Ich kann nicht fahren. in Autos Hamburg. Na ja. Dann fahren wir halt rückwärts zum ADC. Ist auch okay. Würde ich sagen. Ne. So. Einmal hier. Schön reparieren. Wieder ins Fahrzeug. Aussteigen. Nachladen. Und einmal zum Dealer verkaufen. Und dann überfallen wir noch eine Sache. So. Beim Dealer angekommen. Einmal. Gold verkaufen. G36 nachfüllen. Und ab zur Bank. Äh. Ab zum Hufilier. Bank ist glaube ich gerade nicht drin. Nicht grün. Nicht akzeptabel. Der Akzeptanzbereich der Bank ist gerade verschwunden. Nach unserem leichten Überfall. Verstehe ich gar nicht. Ich dachte die wollen uns noch mehr Geld geben. So ein paar Kriminelle unterstützen. Vorsicht. So. Ab geht's. Zum Jufilier. Nochmal 600 Euro Blitzerrechnung. Schmackhaft. Ne. 513 Euro nur. Das ist ja nichts. Hab ja 1,8 Mio. Oh. Hier ist Polizia. Egal. Schaffen wir. So. Einmal den. Haben wir. Der ist nicht. Äh. Da ist noch ein Polizeiwagen. Ja. Den müssen wir einmal holen. Nevermind. Er ist nett. Das kann nicht schaden. Bei so viel Polizei auf diesem Server. Wir laufen einmal rein. Können wir hier überhaupt fallen. Ne. Absolut nichts drin. Egal. Doch. Hier. Ein Stück geht auf jeden Fall. Eine Juwelierbeute. Naja. Eine Vitrine mit zwei Juwelierbeuten. Überfallen wir auf jeden Fall. Immerhin etwas. Da ist ein Krimineller mit einem Baseballschläger. Könnte gefährlich werden. Aber Stand jetzt ist das chillig. Und er wird geteilt. Oh. Hilfe. Er chillt immer drin. Chill. Wenn du mich jetzt KV-Schnitt dann angehittet. Also mit zwei Schuss. Oh. Ist down. Ist down. War close. Aber ist down. Na. Ich hab noch halbe HP. Egal. Ne. Da ist einer. Ist down. Das ist Crime. Let's go. Kurzer Herzinfarkt. Egal. Da hinten kommt noch wer. T6. T5. Eins von beiden. SEK. Angehittet. 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 GG. RS4. RS4. Ist Polizei. Ist Polizei. Komm. Komm her. Mit deinem Taser in mein Gesicht. Kenn ich doch. Euch Polizisten. Ja. Komm. Einmal Schlagringe. Angehittet. Ui. Da ist er weg. Okay. Keine Ahnung. Was ich hier immer labere. Er fällt weg. Positioniert sich um. Dann kommt er mit seinem SEK Game Pass rausgejumpt. Dann gibt's Action. Oh. Polizei. Ist down. Oh. Ich sollte nicht ins Schussfeld laufen. Das wäre glaube ich relativ schlecht. Äh. Da ist Polizei. Down. Down. Sag mal. Was wird denn das? Äh. Da ist noch ein RS4. Kollege Schnellschuh. Was wird denn das? Hallo. Bleiben sie hier. Ich hab zwei Magazine. Die würde ich gerne dir zugute kommen lassen. Egal. Hier sind Schüsse irgendwie. Keine Ahnung. Der. Ist das Polizei? Ne. Gut. Hab keine Ahnung wer wer ist. Bin ich ganz ehrlich. Ah. Polizei Porsche. Äh. Ne. 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 So was machen wir hier nicht mehr. Ich wird umgefahren. Ich kann jetzt auseinandergenommen werden. Tu. Werden. Ich aber sei nicht. Genau. Getroffen. Headshot. Nochmal getroffen. Headshot. Reifen. Reifen. Kaputt. Zwei Reifen sind kaputt. Wir stürmen. Wir stürmen. Wir stürmen. Wir stürmen. Wir stürmen. Wir stürmen. Zwei Platte Reifen. Komm. Hinterher. Schießt auf sein Fahrzeug. Oh ne. Schüsse da hinten. Polizei. Down. Let's go. Mir wird das gerade wieder ein bisschen zu viel. Weil die Sannis beleben zu viel. Taser hier drin. Taser hier. Hier irgendwo. Rein. Rein. Da. 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 Let's go. Draußen. 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 Wieder raus. Da. Da. Da sehe ich den Taser. Strang. Da. Da. Down. Ich werde umgefahren. Stark. Egal. Hier ist down. Gut. Äh. Polizei Porsche. Ich habe ein Magazin noch. Nicht mal ganz. Egal. Den holen wir. Den holen wir. Den holen wir. Ist down. GG. 25 Schuss reichen. Bestimmt. Ja. Einfach weg. Einfach weg. Einfach weg. Einfach weg. Einfach weg. Einfach weg. Wir fahren mal zum Dealer. Ich würde sagen. Zu denen. Beim Park. Damit wir erstmal von dieser ganzen Sache hier wegkommen. Weil da. Stehen auch irgendwelche. Und ich will hier jetzt zu nah dran. Und ich drehe mich ein. Let's go. Na ist auch egal. Wir fahren jetzt zum Dealer beim Park. Hier ist doch einer. Ja genau. Fahren einmal kurz rein. Ne. 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 Nein. Dieser Tag war so gut. Nein. Aber ich bin ja ins andere Ende der Map schon wieder gebackt. Gut. Der Zorn hat mich gedämpft. Aber ich bin von da hinten hier hin geslidet. Und ich war 200 kmh. Wie sieht das da mit 300 kmh aus? Soll ich das mal testen? Ja. Wäre gut. Egal. Aber nicht in diesem Video. Denn ich würde sagen. Das war's mit diesem Video. Mir hat's auf jeden Fall gefallen. Hat wieder Spaß gemacht. Wir fahren viele Crimes. Viele Schusswechsel. Viel Geld. Alles drum und dran. Wenn's euch auch gefallen hat. Lasst mir gerne einen Like und ein Abo da. Damit würdet ihr mich nämlich riesig unterstützen. Und ich würde sagen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.